Wann war das Paz? 2 Wann war ich das erste Mal in Berlin? Zehnte Klasse. Wann war es denn in der zehnten Klasse? 2018 2019 Wann bin ich voraussichtlich mit meiner Ausbildung fertig? Ist mit der Schule fertig? 2016 2 2029 2029 Wann war meine Beisheitszahler P? 2022 2022 Wann habe ich meinen ersten YouTube-Kanal gegründet? Boah, da warst du noch klein, ne? 2017 2017 2017 Echt? Yay!